Ah, da draußen ist ein Schneemann. Hallo, ich bin ein Schneemann. Was willst du, Zwerg? Lass uns einen Brief an den Weihnachtsmann schreiben. Mach es allein. Miriam, spiel gefälligst mit deiner kleinen Schwester. Ich bin fertig. Lieber Weihnachtsmann, zu Weihnachten wünsche ich mir, dass sich alle gut verstehen und dass alle glücklich sind. Doch das ist nicht alles, was ich mir wünsche. Ich hätte gerne einen Pegasus mit Regenbogenhorn. Mit dem Pegasus könnte ich jeden Tag zur Schule fliegen. Danke, lieber Weihnachtsmann. Hab dich lieb. Lili. Du bist jetzt dran mit weiterlesen. Hey, Moment mal. Mit vorlesen war aber nicht die Rede. Miriam? Na gut. Lieber Weihnachtsmann, das Einzige, was ich mir wünsche, ist, dass Papa mir endlich ein eigenes Auto kauft. Denn immer wenn ich sein Auto ausleihe, ist es ätzend. Er ist immer so pingelig, wenn jemand mit seinem Auto fährt. Und damit ich diese Weihnachten endlich meine Ruhe habe, wäre es sehr nett, wenn du Lili zum Nordpol verschleppen könntest. Grüße an deine Frau, Miriam. Das war wunderschön. Das war wunderschön. Wenn jemand auf etwas getan hat. Das war wunderschön. ісch. Vielen Dank.